Auf diesen Moment habe ich mich am meisten gefreut, denn am Montag hat nun auch das Stakef1 Team ihr Auto gelauncht und genau die Farben, die ich erwartet habe, sind sie geworden. Aber fangen wir mal von ganz vorne an. Ja, ich wurde ein bisschen gehypt, als ich schon eine halbe Stunde vorher die Rennanzüge gesehen habe. Knallgrün, aber auch schwarz. Die Farben, die perfekt passen. Und ja, wir gucken uns mal das Video an, das man gepostet hat. Das hat uns schon mal ein bisschen darauf hoffen lassen, wie cool das Auto denn werden wird. Und hier eine Minute zu 25 und gucken wir mal rein. Ja, so ein riesen Tunnel. Alles Zukunft natürlich auch wegen Kick. Wegen Kick, das ist ja auch ein Streaming-Dienst. Boah, da kommt es raus aus der Erde, aus dem Boden raus. Ich finde das so genial, oder? Jetzt beschleunigt das Ganze und jetzt wird dann Delivery sichtbar, denn mit jedem keinem Haar, dass das Auto da zunehmt, verschwindet dieser Staub-Carbon-Zeug und legt die untere Delivery frei. Man muss sagen, ein paar von euch haben es mit einem Stabilo-Stick verglichen. Marker, Textmarker, kann man. Aber ehrlich gesagt, meiner Meinung nach ist dieses Auto top. Es ist sauschön. Es hat diese glänzenden, neongrünen Akzente und es hat, man hat sich was getraut, unleashed. Man hat das Ganze nämlich auch nochmal in einer Kirchkapelle ausgestellt, was ich ziemlich nah an der Grenze fand. Wir gucken uns natürlich jetzt aber auch mal das Auto an. Wie findet ihr es? By the way, und let's go. Von der Vorderansicht die Nase hier und da muss ich sagen, toll. Mir persönlich gefällt das Auto gut. Nur dieses schwarze Teil auf der Nase mag ich nicht. Das hätte man besser lösen müssen, denn es sieht absolut kacke aus. Wirklich. Dieses schwarze Teil hier gefällt mir nicht. Auch hinten am Hexboller, dass man da so eine Ecke ausgemacht hat, wird vermutlich dieses TIS, also da wird sich der Flügel aufklappen können. Aber naja, manche haben es auch verglichen mit einem, na wie, mit einem MyTeam-Auto und ein paar von euch glaube ich haben dieses MyTeam-Auto sogar. Aber ja, hier auch diese Seitenansicht. Sehr, sehr genial. Man hat sich was getraut. Neongrün, auch vorne das K für Kick. Die haben ja auch dieses Minecraft-ähnliche, Struktur-Logo und so. Deswegen auch hier bei der Seiten... Ah, okay. Boah, das ist wild, das Bild. Aber das bringt uns halt einfach nichts. Man sieht halt kaum was. Und bei der Seitenansicht sehen wir halt auch dieses Zick-Zack, ähnlich wie auch ein Tetris-L oder so. Also ein Tetris-Zick-Zack-Teil. Auch unten grün, da sind die Sponsoren alle verewigt. Dann haben wir Riesig-Steak, ist ja auch natürlich der Name. Oder Starke, keine Ahnung. Ein paar von euch haben mich ausgebessert, dass es Steak heißt. Jetzt sage ich natürlich auch Steak-Fans-Team. Da bekomme ich immer ein bisschen Hunger. Ja, was soll ich sagen? Auch vorne die Nase top. Das schwarze Teil gefällt mir nicht so. Aber auch dann, dass es teilweise in dieses Carbon-Optik-Teil geht. Aber auch hier bei diesem Mascot-Workwear, dass man hier auch eher im normalen schwarz geblieben ist. Es ist eine sehr, sehr coole Livery. Von innen auch sehr cool. Die Ansicht hatten wir noch kaum bei Leuten. Man hat auch hier kein Williams-Logo. Ah, kein Williams mehr. Williams hat es auch nicht mehr, by the way. Aber auch hier stehen dann die Namen in Neon-Grün drauf. Aber ich glaube, das ist vermutlich das einzige Team, das unverwechselbar sein wird. Also da bin ich mir nahezu sicher. Auch Walter Rebotas. Das sind die Rennanzüge. Walter Rebotas. Dieser absolut affige Blick. Die Haare blondiert der Brä. Neon-Grün. Und ja, Neon-Grün. Und ich wusste ab diesem Moment, die Rennanzüge grün. Im Namen Grün. Ich wusste es. Die Autos werden grün. Ich habe es dann auch direkt auf TikTok gepostet. Und auch hier natürlich möchte ich euch nicht vorenthalten. Guan Yu-Joe mit dem S unten für eben Steak. Die Schuhe sind auch Neon-Grün. Puma hat man auch als Wear-Anbieter. Aber eben nicht in dieser Lage wie die Williams-Leute. Die haben ja dann natürlich viel, viel mehr. Ja, von hinten Unleashed. Hashtag Unleashed. Schaut saukool aus. Wie gesagt, das Schwarz, dass das hier einfach gerade auf den Enden endet, mag ich persönlich nicht. Aber man kann natürlich nicht jeden Geschmack treffen. Man hat dann auf jeden Fall meiner Meinung nach fast alles richtig gemacht. Das Auto sieht top aus. Und natürlich darf eins nicht fehlen. Vergleichsbilder sind natürlich ein bisschen schwierig. Denn wir haben natürlich kein ähnliches Vergleichsobjekt zum Vorjahr. Ich habe hier dennoch die Vergleichsautos von dem Alfa Romeo Seitenansicht zum Steak F1 Seitenansicht. Also dieses Steak ist noch einen Tick größer geworden beim neuen. Man muss sagen, aber auch, dass mir die alte Alfa Livery echt gut gefallen hat. Doch sie ist halt mit den Jahren immer fahrer und, ja, hässlicher geworden. Gerade diese Legendary 2017, na sagen wir 18, glaube ich, sind sie gekommen. 18, 19, eventuell auch 20er Livery. Hat mir bombastisch gefallen, wie Kimi, der noch damals dort war. Also ja, vom anderen Designer, ja, man hat die Radkappen anstatt Rot-Grün gemacht. Finde ich aber ehrlich gesagt, dass das Grün immer noch viel, viel besser. Dann haben wir die Vorderansicht, die Nase an sich. Man kann halt da nicht viel zum Auto sagen, denn es ist, glaube ich, ein Joker, wenn ich mich da nicht irre. Also wenn es kein Joker ist, muss ich sagen, die Nasen, also diese Lufteinlässe links und rechts sind viel, viel anders wie in der Vorseason. Aber wir gehen jetzt mal nur, sagen wir, auf das Designen. Hinten am Wegflügel hat man sich gar nichts Neues einfallen lassen. Da steht Steak und Steak genau gleich groß, genau an der gleichen Stelle. Auch der Halo ist eher gleich geblieben. Und an sich, das Auto, ja, es ist okay. Mir gefällt es. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist das bis jetzt auch die Seiten an sich. Darf nicht fehlen. Meiner Meinung nach ist das bis jetzt die beste Livery, die wir zu sehen bekommen haben. Ich meine, ja, natürlich gibt es, wir haben noch Ferrari, wir haben noch die Essens, wir haben noch Red Bull. Aber da weiß man natürlich, dass es immer gleich bleiben wird. Und auf das Team habe ich mich wirklich unfassbar gefreut. Und ich weiß auch, warum. Was sagt ihr zu dem neuen, ja, Kicksauber Steak F1 Racing Car? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Abonniert gerne, kostenlos den Channel, lasst gerne ein Däumchen unter. Und ja, für mehr und kürzere Infos, schaut doch unbedingt gerne auf meinem TikTok-Account vorbei. It's unterstrich Tobi. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao. Bis zum nächsten Mal.